Jetzt kommen wir tatsächlich schon zu unserem allerletzten Projekt heute. Das ist das 25. Projekt. Ihr seid wahrscheinlich alle genauso überwältigt wie wir auch. Es ist aber nochmal was richtig Cooles, nochmal ein großer Bang. Ganz am Ende ist es nochmal ein Hardware-Projekt. Und zwar ist es das Projekt Aluhuta von Felix, Noah und Lukas. Es geht um... Oh, tschüss. Felix, Noah und Anouk. Entschuldigung. Stellen wir uns vor, es geht um Hüte und es geht um WLAN. Erklär das einfach selber. Einen herzlichen Applaus für das Projekt Aluhuta. Ja, guten Tag. Wir wollten uns mit unserem Projekt ein bisschen um Randgruppen der Gesellschaft kümmern. Also diesmal nicht uns Programmierer, sondern Verschwörungstheoretiker. Leute, die Angst vor Strahlung haben. Ja, deswegen haben wir als Basis einen Aluminiumhut genommen. Der ist bekannterweise ja sehr gut gegen böse, böse Strahlung. In diesem Falle ist aber ein besonderer, er garantiert nämlich freies Internet in Form von Freifunk. Das hat natürlich auch einen tieferen Sinn, nämlich durch solche Aktionen bekommt man eben mehr Aufmerksamkeit für das Thema Freifunk. Ja, Freifunk, das haben vielleicht manche schon gesehen, wenn sie durch die Stadt gehen. Es ist ein Projekt von Privatleuten, die kostenlos freies Internet zur Verfügung stellen wollen, indem sie ihre eigenen Router dafür konfigurieren. Das funktioniert ganz einfach, wie wir dort sehen, bilden diese vielen dafür gemachten Router ein Netz und am Ende braucht bloß einer von denen eine Internetverbindung und dann werden die Daten von Router zu Router weitergeleitet, bis sie den Endnutzer erreichen. Zur Hardware. Man braucht wie gesagt einen Aluminiumhut, LEDs, je nachdem wie viele man haben will, die sind dann nachher zum Anzeigen der Signalstärke, die er im Übrigen messen kann. Ein Microcontroller, einen tragbaren Router oder einen, den man tragbar macht, indem man ihn klein haut. Dann natürlich einen Freifunk in der Nähe, entweder einen anderen Aluhuter oder einen stationären Router und natürlich einen Akku, um das Ganze mit Strom zu versorgen. In unserem Fall eine ganz normale Powerbank. Ja, ihr habt gehört, da ist ein Router und ein Mikrocontroller drin. Der Router mescht ja das Freifunk, also verteilt es weiter. Der Router sendet die Signalstärke an den Mikrocontroller und der Mikrocontroller sagt dann den LEDs, was sie anzeigen sollen. Das Problem ist, dass der Kanal, den wir zur Übertragung uns ausgesucht haben, der ist, auf dem das System vom Mikrocontroller die ganze Zeit lauscht, weswegen das noch nicht funktioniert. Ja, unseren Router, den wir irgendwo gefunden haben, den haben wir, also die Freifunk-Firmware draufgespielt, die schon von sehr intelligenten Leuten geschrieben wurde. Diese Router sind auch nicht teuer, also sowas kostet 15 Euro, das ist wirklich ganz leicht einzurichten. Darauf läuft eine simple, also die Firmware, die verbindet sich einfach mit den anderen Freifunk-Routern und es läuft ein kleines Script drauf, was eben die Signalstärke weiterleitet. Zum Schluss wollen wir unser Projekt natürlich noch live demonstrieren. Wir haben gesagt, das funktioniert nicht, deshalb haben wir nur einen Ladebalken. Aber Achtung, gefährliche, starke, starke Strahlung, Warnung für die ersten beiden Reihen. Und für unsere Moderatoren haben wir dann auch noch diese Schutzhüte. Und wenn jeder gewappnet ist, könnten wir dann anfangen. Vielen Dank. Und damit wir nächstes Jahr auch noch was zu tun haben, beschäftigen wir uns nächstes Jahr, bekommen wir einen Ausdruck auf andere Verschwörungstheorien. Können wir unsere Folie haben, dann würden Sie das nämlich sehen. Können wir unsere Folie kriegen. Ja, ist es die? Nein, sie ist blau. Primär blau. Ja, da haben wir sie. Und zwar sind wir uns ganz sicher, das ist Alpaka-Wolle und zwar von den geheim verschifften Alpakas, deshalb sind hier so wenige. Alles klar, vielen lieben Dank. Also das ist wirklich eine großartige Idee. Ich muss sagen, ich ziehe im wahrsten Sinne des Wortes meinen Hut vor euch und eurer Idee. Sagt mal mit dem Freifunk, spielt denn Freifunk für euch in eurem Alltag auch schon eine große Rolle? Nutzt ihr das? Betreibt ihr selber Freifunk WLANs oder hättet ihr gerne, dass in eurer Nachbarschaft mehr betrieben werden oder wie seid ihr darauf gekommen? Also bis jetzt treibe ich keinen Freifunk, aber das ist natürlich irgendwie, war dieses Projekt schon eine Motivation für mich, das vielleicht in Zukunft anzufangen. Und dann, und die Zielgruppe, das sind dann die Verschwörungstheoretiker, denen ihr versucht, die Alu-Hüte unterzujubeln, aber dabei zu verschleiern, dass da auch WLAN verstärkt wird dadurch? Alles klar, sehr gut. Das dient auch jedenfalls zur Sozialisierung von Verschwörungstheoretikern, damit die Leute sich denen nähern, weil es dort WLAN gibt. Sehr gut, sehr gute Idee. Vielen herzlichen Dank und einen großen Applaus an unser Team Alu-Router. Vielen herzlichen Applaus an unser Team Alu-Router. Vielen herzlichen Dank.